Tja, jetzt gehen wir mal rechts rum, nach Ahrbergen. Hier ist es hier. Hier ist der 24.05.2013. Dauerlos zu uns. Oh, man. Finde. Dauerlos zu uns. Guck mal, da ist die Kirche. Die spanzen ab. Spargel gibt es hier. So, jetzt kommen wir nur längs. Links. So, oder wir fahren jetzt geradeaus. Jetzt erstmal da oben. Wenn du gleich da denkst. Einfach hier drehen. Alles können wir sowieso nicht sehen. Die Kirchstraße. Hier ist die Sackgasse. Drehen wir auch. Hier haben sie ein Dorf füllt. 925 Jahre. Das sind diese Wicke. Dann kommen wir mal hier rechts. Hier auch Fachwerke überall. Und dann schlafen wir mal hier. Und dann schlafen wir mal hier. Schlafen wir mal hier. Schlafen wir mal. Hier sogar noch Reihenhäuser, dass wir das alles erblicken. Da hinten noch ganz viele. Und dass wir einfach hier längst fahren. Wenn ich jetzt nicht erwarte, dass hier die Bordung Reihenhäuser sind. Rechts und links. Vorsichtig. Alles voll gehört. Jetzt kommt sowieso keiner mehr. Hier ist der alte Bahnhof. Links ist das Dorf gemeint, das so aus. Ich denke mal, das geht hier weiter. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.